Um diesen Blogpost soll es heute gehen. Bereits im Mai hatte Google im offiziellen Webmaster Central Blog angekündigt, dass die Core Web Vitals künftig ein Ranking-Faktor werden. Schauen wir zuerst auf die Agenda. Es gibt heute drei große Blöcke. Zuerst geht es darum, was die Core Web Vitals überhaupt sind. Im zweiten Blog schauen wir uns an, wie Google diese Werte misst. Und im dritten Blog stelle ich euch eine Datenstudie vor, die wir auf dieser Basis gemacht haben. Legen wir direkt los und schauen uns den ersten großen Blog an. Was sind die Google Core Web Vitals? Bislang war es so, dass Webseiten-Performance relativ schwer zu messen und erst recht nicht zu vergleichen war. Der erste, den man gefragt hat, der hat einfach gemessen, wie schnell das erste Byte vom Web-Server ausgeliefert wurde. Der zweite hat sich angeschaut, wie lange es gedauert hat, bis die komplette Seite geladen war. Und der dritte hat wieder irgendwas ganz anderes gemacht, vielleicht sogar schon auf dem Handy gemessen. Um diesem Chaos und dieser Nichtvergleichbarkeit etwas entgegenzusetzen, hat Google jetzt die Core Web Vitals erfunden und stellt uns nicht nur eine, sondern gleich drei neue Kennzahlen bereit, um das zu ändern. Und Google stellt nicht nur diese Kennzahlen bereit, sondern will im nächsten Jahr diese Kennzahlen sogar zum offiziellen Ranking-Faktor machen. Und genau das ist der Grund, warum wir uns heute auch damit beschäftigen. In den letzten Jahren hat Google jede Menge kleine Ranking-Faktoren erfunden und gefunden, die Google bestimmt auch helfen, die Suche zu verbessern, also die Suchqualität hochzuhalten, aber auch ihren Anteil dabei haben, dass Google gewisse politische Ziele erreicht. Und jetzt scheint Google diese Core Web Vitals als Anlass zu nehmen, das alles mal zusammenzufassen oder ein bisschen aufzuräumen. Wie das aus Googles Sicht aussieht, sieht man in dieser Grafik ganz gut. Es gibt dann ab nächstem Jahr den neuen Page Experience Ranking-Faktor und der setzt sich zusammen aus den Google Core Web Vitals, über die wir jetzt gleich noch reden werden, aber eben auch den anderen kleinen Ranking-Faktoren wie der Mobile Friendliness, da reden wir jetzt glaube ich schon seit fünf Jahren drüber. Safe Browsing, dabei geht es darum, dass keine Viren oder Trojaner auf der Seite drauf sind, um die Verschlüsselung, aber auch darum, dass keine Interstitials die Benutzer nerven. Wie du auf dem Diagramm schon gesehen hast, wird Google zum Anfang drei verschiedene Core Web Vitals bereitstellen und die schauen wir uns mal im Detail an und ich erkläre kurz, um was es da eigentlich geht. Der erste und vermutlich auch wichtigste ist der Largest Contentful Paint. Wie ihr seht, das sind relativ sperrige, lange Begriffe, deswegen gibt es auch Abkürzungen dafür. In der Regel lest ihr im Internet dann eher die Abkürzungen und nicht die langen, sperrigen Begriffe, in diesem Fall natürlich LCP oder LCP. Um was geht es dabei? Es geht darum, dass Google Ladezeiten messen will. Das ist ja quasi der Kern von Performance-Messung. Beim Largest Contentful Paint ist es quasi die neueste Version von Ladezeitmessung. Es geht darum, dass gemessen wird, wie lange es braucht, bis der Hauptcontent einer Webseite sichtbar wird. Früher wurde in der Regel gemessen, wie lange dauert es, bis eine Seite ausgeliefert wird, wie lange dauert es, bis das erste Byte ausgeliefert wird oder wie lange dauert es, bis der Browser anfängt, irgendwas zu zeichnen. Jetzt wird aber gemessen, wie lange es dauert, bis der Hauptcontent, also das größte Element im Browser gerendert wird. Hier in diesem Screenshot siehst du das Ganze auch noch mal etwas plastischer und direkter. Es geht um die Webseite CNN. Ganz links der erste Screenshot, quasi das erste Bild aus dem Handy wurde gemacht, als die Seite gerade aufgerufen wurde. Ganz rechts das Bild der Screenshot, der zeigt dann die fertig geladene Seite und die drei Versionen dazwischen sind Zwischenschritte. Ganz links, wo auch FCP drunter steht, da geht es um den First Contentful Paint. Das ist quasi eine etwas ältere Kennzahl, die Google früher noch vertreten hat. Da wurde gemessen, wie lange hat es gedauert, bis das erste Mal irgendwas Sinnvolles im Browser geladen oder gerendert wurde. Mittlerweile geht es ja um den Largest Contentful Paint. Und da sieht man ganz gut, wie das passiert. Es ist erst mal bei dem zweiten Screenshot wird quasi die Überschrift als Largest Contentful Paint erkannt, beim dritten auch noch. Da werden unten ein paar weitere Texte geladen, aber oben der Titel ist immer noch das größte, beim vierten auch, obwohl unten ein kleines Bild ist. Nur ganz zum Schluss, quasi beim finalen Endzustand, da sieht man, dass der Largest Contentful Paint, dass der nicht mehr oben die Überschrift ist, sondern dass der das Bild von der Webseite ist. Und genau das ist das, was Google misst. Google schaut sich an, welches ist das Element im Viewport, also quasi ohne zu scrollen, sondern direkt, nachdem die Seite geladen wird, in deinem Handy, was die größten Abmessungen hat. Es geht dabei nicht um quasi Größe in Megabyte oder Kilobyte, sondern es geht um die Größe in Pixel. Und da misst Google, wie lange dauert es, bis dieses Element geladen wird. Gleicher Vorgang, etwas andere Webseite. Hier geht es um die Google Suchergebnisse, dürfte euch ja allen bekannt sein. Der First Contentful Paint ist, wie bekannt hier oben, quasi die Suche. Das ist das Erste, was der Browser als echten Inhalt erkennt. Aber in diesem Fall sieht man ganz gut, dass der Largest Contentful Paint bei der Suche nach Larry Page schon sehr früh geladen wird. Das scheint Google gut optimiert zu haben. Die eigenen Kennzahlen, weil quasi der größte Block an Inhalt schon sehr früh in diesem ganzen Ladevorgang geladen wird. Zum Glück stellt Google nicht nur die Kennzahlen selber bereit, sondern sagt uns auch direkt, welche Werte wir eigentlich erreichen sollen. Für den Largest Contentful Paint ist es so, dass Google einen Wert von weniger als zwei Sekunden als gut bewertet. Okay, beziehungsweise verbesserungswürdig, sagt Google, sind Ladezeiten bis zu vier Sekunden. Und als schlecht sieht Google alles mit mehr als vier Sekunden an. Die Verbesserung von Ladezeiten und Performance ist so eine dieser klassischen Querschnittsaufgaben in einer Firma. Natürlich haben auch andere Bereiche und Abteilungen Interesse daran, dass die Seite schnell lädt. Aber dadurch, dass es jetzt ein Ranking Faktor wird, interessiert uns SEOs das auch. Natürlich wird es so sein, dass ihr nicht persönlich viele Bereiche der Webseite optimieren könnt. Um aber eine kleine Idee davon zu haben, welche Hebel und welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, habe ich jeweils für die Core Web Vitals ein paar Ansatzpunkte für die verschiedenen Metriken zusammengestellt. Hier beim Largest Contentful Paint ist es so, dass die Serverantwortzeit natürlich einer der Haupteinflussfaktoren ist. Antwortet der Server schnell, kann auch dein Handy oder dein Desktop die Seite schnell rendern. Es ist aber auch so, dass Blockierung vom Rendering quasi eine Möglichkeit ist, das Ganze zu beschleunigen. Die Ladezeit von Ressourcen kann dabei helfen, dass die ganze Geschichte schneller läuft. Es ist aber auch so, wenn du Client-Site-Rendering nutzt, dann kann das dein Largest Contentful Paint relativ blockieren und ausblocken. Das geht ein bisschen in die Richtung Serverantwortzeiten. Generell ist es so, dass das alles relativ tiefe und komplexe und schwierige technische Themen sind und ich glaube, die ganze Branche wird noch viel Spaß damit haben. Kommen wir direkt zur zweiten B-Trick. First Input Delay, FID, FID. Hierbei geht es um die Zeitspanne, bis der Nutzer mit der Webseite interagieren kann. Also die Seite reagiert dann auf Input und du kannst irgendwas mit ihr machen. Ganz klassisch, du lädst irgendeine Seite, willst da was anfordern und das dauert ewig, bis dein Handy reagiert und du in ein Formular was tippen kannst, dann ist dieser Wert relativ hoch. Lädt die Seite sofort und du kannst sofort in das Formular deine E-Mail-Adresse eingeben, dann ist der Wert relativ niedrig. Auch hier hat Google uns jetzt wieder Werte mitgegeben, um unsere eigene Performance bewerten zu können. Beim First Input Delay ist es so, dass Google eigentlich erwartet, dass der Wert bei weniger als 0,1 Sekunden liegt. Bei bis zu 0,3 Sekunden ist Google noch tolerant und sagt, ist okay, ist zwar verbesserungswürdig, aber noch okay. Ist der Wert aber über drei Sekunden, bewertet Google ihn als schlecht. Der Wert für den First Input Delay ist hauptsächlich von der Leistungsfähigkeit des Gerätes getrieben. Das heißt, wir reden hier in der Regel davon, dass du auf dem Handy einen schlechteren Wert hast, während es auf dem Desktop viel, viel besser aussieht. Und um ein paar Möglichkeiten zu haben, wie du den Wert verbessern kannst, hier ein paar Ideen. In der Regel geht es darum, dass man die Ausführung von JavaScript-Code beschleunigen oder möglichst weglassen kann. Also Google sagt, häufig sind das Geschichten wie der Facebook-Pixel, der relativ langsam ist, oder auch die Google-Remarketing-Retargeting-Pixel. Das heißt, wenn man die komplett weglassen kann, das hilft viel. Vielleicht kann man eigenen JavaScript-Code beschleunigen. Es hilft möglichst die Anzahl der geladenen Ressourcen für jede Seite zu reduzieren. Aber es kann auch helfen, dass Dateigrößen nicht allzu groß werden und man deswegen schnellere Bearbeitungszeiten sieht. Kommen wir schon zum dritten Core WebVital, dem Cumulative Layout Shift oder CLS. Hier geht es darum, dass Google einen Messwert für die visuelle Stabilität der Webseite schaffen will. Also springt die Webseite, während sie noch lädt, oder ist sie visuell stabil? Um das ein bisschen besser nachvollziehen zu können, habe ich hier zwei Videos mit Beispielen mitgebracht. Im ersten Video sieht man, was Google nicht möchte. In der Seite ist der Titel geladen und der Text auch. Als sich aber das Bild dazwischen den beiden lädt, schiebt es den Text nach unten. Genau das ist das, was Google mit diesem CLS Core WebVital messen und verhindern will. Im zweiten Video sieht man, wie es eigentlich richtig geht. Während des Ladens wird der Platz freigehalten, den das Bild nachher einnimmt und das Layout verschiebt sich während des ganzen Ladevorgangs nicht weiter. Auch für diesen Wert zeigt uns Google, was gut ist, was verbesserungswürdig ist und was schlechte Werte sind. Aufpassen muss man hierbei, dass während bei den ersten zwei Core WebVitals wurden Sekunden bzw. Millisekunden angegeben, sind das jetzt Werte ohne Einheit. Google setzt bei diesem Core WebVital quasi die Verschiebung in Relation. Das heißt, das sind absolute Werte ohne Sekunden oder ohne eine andere Einheit. Gut ist der Wert, wenn der CLS bei unter 0,1 liegt. Okay ist er, wenn er bis zu 0,2 beträgt und schlecht wertet Google ihn, wenn er über 0,25 liegt. Klassische Ansatzpunkte, um den CLS zu verbessern, ist zum Beispiel, dass bei allen Bildern, die man nutzt, dass man Größenangaben hinzufügt, also dass man nicht einfach nur das Bild hinzufügt und dem Browser die Größe ausrechnen lässt, nachdem es geladen ist, sondern dass man dem Browser schon sagt, wie breit und hoch das Bild ist. Aber Google sagt auch, dass man Inhalte nicht oben später hinzufügen soll, also während eine Seite geladen ist, per JavaScript noch Inhalte oben hinzufügt. Man soll die Größe von Elementen beibehalten, also soll quasi nicht Bilder während des Ladens größer oder kleiner machen und man soll am besten Animationen benutzen. In dem Blogpost von Mai hat Google gesagt, dass mindestens sechs Monate, bevor die Core WebVitals ein Ranking-Faktor werden, noch eine öffentliche Ankündigung folgt. Bislang haben wir noch keine öffentliche Ankündigung von Google gesehen, d.h. vor April 2021 ist nicht zu erwarten, dass die Google Core WebVitals auch ein echter Ranking-Faktor werden. Wir haben also noch mindestens sechs Monate Zeit, uns vorzubereiten. Interessant ist auch, dass Google sich vorbehält, die Messwerte zu ergänzen oder auszutauschen. Aber auch hier hat Google gesagt, es wird mindestens sechs Monate vorher eine Ankündigung geben, d.h. es gibt keine Überraschung und man hat immer Zeit, sich vorzubereiten und anzupassen. Nachdem wir jetzt die drei Core WebVitals kennengelernt haben und ein bisschen die Grundlage gesehen haben, kommen wir zum zweiten großen Blog. Wie misst Google die Core Web Vitals? Wie ja schon zu erwarten war und eigentlich bei allen Geschichten, die mit Ladezeiten und Performance zu tun haben, ist es gar nicht so trivial. Es gibt für die Messung von Core Web Vitals im Kern zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es Labordaten, da kommen wir später noch zu, und es gibt Felddaten, die ich auch noch genauer erkläre. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile und ich muss jetzt schon die schlechte Nachricht überbringen, du wirst beide nutzen müssen, um deine Core Web Vitals zu verbessern. Fangen wir mit den Labordaten an. Diese Labordaten werden reproduzierbar, also wiederholbar und aktiv gemessen. Das geschieht in der Regel mit Google Lighthouse, also einer Erweiterung, die Google als Open Source kostenlos zur Verfügung stellt. Die großen Vorteile von den Labordaten sind, dass sie vergleichbar sind, also du hast eine Vergleichbarkeit und du hast schnelle Ergebnisse nach Anpassungen. Wenn du also dabei bist, deine Webseite zu verbessern, dann kannst du nach jeder kleinen Verbesserung mit Labordaten selber messen, ob sich deine Core Web Vitals verbessert haben oder ob du irgendwas gemacht hast, dass die Werte sogar schlechter geworden sind. Der einfachste und schnellste Weg, um Labordaten für die Google Core Web Vitals zu messen, ist eigentlich auf jedem Computer vorhanden und zwar in Form des Google Chrome Browsers. Dort hast du die sogenannten Entwicklertools, also die DevTools bereits enthalten und wenn du die geöffnet hast und dann auf Lighthouse oben in der Navigation klickst, kannst du eine Lighthouse Analyse für die aktuell geöffnete URL durchführen. Je nach Leistungsfähigkeit deines Computers oder einer Internetanbindung dauert das ein bisschen, aber wenn das durchgelaufen ist, siehst du den Performance Score und ein bisschen weiter unten, ich habe es hier nochmal rot umrandet in der Folie, siehst du auch die drei Core Web Vitals für deine Seite. Der zweite Weg, um die Core Web Vitals als Labordaten für deine URL oder deine Domain zu erheben, ist das kostenlose Google Tool Page Speed Insights, das sogar ohne Anmeldung funktioniert. Du kannst dort einfach eine URL eingeben und Google führt quasi diese Lighthouse Analyse, die wir eben im ersten Schritt in Chrome gesehen haben, auf den eigenen Google Servern für dich durch und zeigt dir die Ergebnisse. Da musst du ein bisschen runterscrollen und siehst quasi unter dem Abschnitt Labdaten, also Labordaten, die Ergebnisse. Der große Vorteil ist, dass diese Analyse nicht auf deinem Computer ausgeführt wird. Das heißt, die Ergebnisse sind nicht davon beeinflusst, ob du gerade noch irgendwo nebenbei CPU-lastige Geschichten laufen lässt oder jemand anders in deinem Büro große Dateien runterlädt, sondern die sind noch besser vergleichbar. Als letzte Möglichkeit möchte ich dir noch eine Option vorstellen, die wir bei uns im Systrix Optimizer eingebaut haben. Auch diese Möglichkeit basiert auf Google Lighthouse, also ähnlich wie das erste in Chrome und auch die zweite Page Speed Insights Lösung. Der große Vorteil davon ist, dass du diese Messung nicht aktiv starten musst, sondern dass wir sie automatisch für dich durchführen. Ich habe hier in einem Screenshot, siehst du, wir sind dabei, unsere Webseite gerade besser zu machen und zu optimieren. Und das ist dann nicht so, dass ich mich jeden Tag oder jede Woche hinsetzen muss, um diese Messung aktiv durchzuführen und das zu protokollieren, sondern der Optimizer macht das automatisch für dich und du kannst dann quasi im Nachhinein sehen, wie sich die Werte entwickelt haben. Kommen wir zur zweiten Art der Datenmessung für die Web Vitals. Hier geht es um sogenannte Felddaten. Bei den Labordaten eben ging es ja darum, dass du die selber aktiv gemessen hast, unter Laborbedingungen, die quasi immer gleich waren. Bei den Felddaten läuft die Messung etwas anders ab. Und zwar hat Google ein Nutzerpanel in Chrome und dort messen echte Nutzer für öffentliche URLs von deiner Webseite die Daten. Der große Vorteil ist natürlich, dass es echte Nutzerdaten sind und für uns SEOs ist der zweite große Vorteil, dass Google bereits gesagt hat, dass diese Felddaten die Grundlage für den Ranking-Faktor sein werden. Das heißt, das sind die Daten, die wir uns im Kern anschauen müssen. Um diese Felddaten für die eigene Webseite einzusehen, bietet sich die Google Search-Konsole an. Ich habe dir hier den Screenshot von unserer Systrix.de Search-Konsole gezeigt. Da links unter dem Navigationspunkt Verbesserungen Core Web Vitals gibt es die Core Web Vitals seit einigen Monaten in der Google Search-Konsole. Bei uns ist schön zu sehen, dass wir uns jetzt seit ein paar Monaten mit der Verbesserung der Core Web Vitals beschäftigt haben. Das zeigt sich zwar für Desktop-Computer nicht, also die untere Grafik ist weiter gut. Auf Handygeräten, also quasi obere Grafik mobil, siehst du aber schön, dass viele unserer URLs vor der Verbesserung gelb waren, also verbesserungswürdig und wir sie jetzt auf einen grünen Status geschafft haben und hoffentlich auch da bleiben werden. Das nächste Tool, um die Felddaten einzusehen, ist das eben schon gesehene PageSpeed Insights von Google. Du kannst dort, ohne dich anmelden zu müssen, eine URL eingeben und siehst dann unter Felddaten, ich habe es ja auch noch mal in der Folie rot eingekreist, die aktuellen Felddaten für diese URL. Das klappt bei uns jetzt zum Beispiel, bei Systrix klappt das für die Startseite. Es klappt aber für relativ viele Unterseiten nicht, weil Google da einfach zu wenig Daten aus dem Nutzerpanel hat. Das heißt, da musst du ein bisschen darauf achten, dass auch wirklich da steht, das sind Felddaten für diese URL. Manchmal zeigt Google da nämlich quasi zusammengefasste Daten an oder zeigt auch überhaupt keine Daten an. Also hier muss man ein bisschen darauf achten, dass das Label über den Daten stimmt, dass man nicht falsche Daten nimmt und darauf vertraut. Als letzte Möglichkeit, um diese Felddaten einzusehen, möchte ich dir noch die Systrix Toolbox zeigen. Dort haben wir unter dem Naviationspunkt Core Web Vitals für die allermeisten Domains mittlerweile auch Werte und können dir im zeitlichen Verlauf zeigen, wie sich die drei wichtigen Core Web Vitals für fast jede Domain und fast jeden Hostnamen entwickelt haben. Soviel zur Messung der Google Core Web Vitals und den Unterschieden zwischen Labor und Felddaten. Jetzt kommen wir zum letzten und dritten großen Block für diesen Vortrag. Und zwar geht es um eine Datenstudie, in der wir uns angeschaut haben, was ist eigentlich schnell und wie steht das deutsche Internet bei den Core Web Vitals ungefähr ein halbes Jahr vor der Einführung als Ranking Faktor dar. Wie ich eben schon gezeigt habe, haben wir in der Systrix Toolbox für sehr viele unterschiedliche Domains die Core Web Vitals Werte vorliegen. Und für diese Studie haben wir jetzt genau diese Werte genommen und haben sie mit unserer Technologieerkennung gekoppelt, um zu schauen, wie eigentlich Durchschnittswerte für gewisse Technologien aussehen. Also es geht darum, welches CMS besonders schnell ist, welches Blocksystem besonders schnell ist und so weiter. Es ist eine sehr umfangreiche große Datenstudie geworden. Ich möchte jetzt hier ganz gerne die wichtigsten und interessanten Erkenntnisse im Schnelldurchgang zeigen. In der ersten Auswertung geht es um die Zielerreichung für die Google Core Web Vitals in Deutschland. Wir hatten ja am Anfang gesehen, dass Google für die einzelnen Web Vitals gewisse Vorgaben gemacht hat, was gute, was verbesserungswürdige und was schlechte Werte sind. Genau diese Werte haben wir jetzt genommen und haben sie quasi für alle 18,5 Millionen Domains, für die wir Werte haben, ausgewertet und haben sie auf diesem Diagramm aufgetragen. Schön zu sehen ist, dass beim Largest Contentful Paint, also quasi der zentralen Kennzahl, drei Viertel aller Zugriffe bereits gut sind. Nur zehn Prozent der Zugriffe werden als schlecht bewertet. Also das heißt, dass eigentlich Deutschland da schon in einem ganz guten Status ist. Das First Input Delay, also die Zeit bis zur Interaktion, hat die besten Werte. 86 Prozent der Zugriffe sind gut und nur zwei Prozent werden als schlecht bewertet. Wer hier noch Nachholbedarf ist, sollte sich also beeilen. Beim letzten, also der Verschiebung des Layouts, ist es auffällig, dass viele Webseiten den Test entweder bestehen, also ein grünes Ergebnis haben, oder er komplett fehlschlägt, also rot ist. Es gibt relativ wenige Werte, die verbesserungswürdig sind. Kommen wir direkt zur nächsten Analyse der Auswertung nach Gerätetyp, also Desktop, Handy und Tablet. Wenig überraschend ist es, dass Webseiten auf dem Desktop schneller laden als auf dem Handy. Häufig sind Desktops kabelgebunden angebunden und die Rechenpower ist natürlich auch noch deutlich größer als auf dem Handy. Aber der Unterschied zwischen Desktop und Handy ist allerdings geringer, als ich erwartet hätte. Interessant ist das schlechte Abschneiden von Tablets. Eine mögliche Erklärung ist, dass Tablets in der Regel durch ihre größeren Bildschirm die Desktop-Version von Webseiten zu sehen bekommen. Die Hardware von Tablets ist aber eher mit der von Handys zu vergleichen. Und das führt zu einer signifikant schlechteren Ladezeiten-Performance. Die nächste Analyse beschäftigt sich mit CMS, also Content-Management-Systemen der Software, die hinter den meisten Webseiten steckt. Jimdo, ein Homepage-Baukasten aus Hamburg, liefert die beste Performance für den Largest Contentful Painter. Über 82 Prozent der Zugriffe auf Jimdo-Webseiten erfüllen die Performance-Erwartungen von Google jetzt schon. Das geht aber auch mit selber gehosteten Lösungen, wie sich beim Zweitplatzierten mit Typo3 zeigt. WordPress, das mit Abstand verbreitetste CMS, schafft es leider nur auf den vorletzten Platz. Wir selber nutzen auch WordPress, haben also gesehen, dass es gar nicht so sehr an WordPress liegt, sondern in der Regel an langsamen Plugins, an schlechten Themes und so weiter. Das heißt, mit relativ viel Aufwand kriegt man auch WordPress auf einen sehr guten Wert, muss dafür aber einiges an Energie und Aufwand in dieses ganze System reinstecken. Es ist aber möglich. Erschreckend ist, dass Wix einen Homepage-Baukasten ähnlich wie Jimdo es auf den letzten Platz schafft. Das Schlimme bei so einer Platzierung ist, dass man quasi an einem geschlossenen System wenig ändern kann. Das heißt, nutzt man jetzt Wix als Homepage-Baukasten, gibt es keine Option, bessere Werte zu erzielen, bis der Anbieter selber etwas daran verbessert. Als letzten Ausschnitt aus der Datenstudie möchte ich dir gerne noch unsere Auswertung von Shop-Software zeigen. Hier hat der Gewinner Lightspeed seinem Namen alle Ehre gemacht. Domains mit Lightspeed haben zu fast 93 Prozent einen Wert für den Largest Contentful Paint, den Google als gut einschätzt. Nur zwei Prozent werden schlecht bewertet. Aber auch Open-Source-Lösungen wie US-Commerce können sich relativ weit oben platzieren. Shopify ist leider nur in der unteren Hälfte, obwohl er im Prinzip die gleichen Möglichkeiten wie Lightspeed hat. Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz ist WooCommerce eine WordPress-Erweiterung, die ebenfalls eine Shop-Software zur Verfügung stellt. Erschreckende 26 Prozent der Zugriffe auf WooCommerce-Shops bewertet Google aktuell als schlecht. Hast du Interesse an mehr Informationen aus dieser Datenstudie, kannst du dir unter diesem Link die komplette Studie ansehen, ohne Anmeldung und natürlich vollkommen kostenlos. Zum Abschluss dieses Vortrages noch eine Checkliste für die Einführung der Core Web Vitals, die du abgehakt haben solltest. Der erste Punkt ist, du musst verstehen, was Google eigentlich plant. Da haben wir auch darüber gesprochen. Es geht darum, dass Google die Performance-Messung als Ranking-Faktor einführen will und das in einem Faktor zusammen mit vielen anderen ehemaligen kleinen Ranking-Faktoren machen wird. Der nächste Punkt ist, du musst die drei Web Vitals kennen und verstehen. Wir haben ja über die einzelnen Web Vitals gesprochen. Wir haben uns angesehen, was Google damit eigentlich messen will und wir haben gesehen, welche Messwerte gut, welche durchschnittlich und welche schlecht sind. Dann musst du wissen, wie man die Web Vitals messen kann. Du musst die Labordaten selber messen können. Du musst Felddaten verstehen und du musst wissen, wie man das eigentlich macht. Der nächste Schritt, den du jetzt eigentlich unternehmen müsstest, ist, dass du den Status Quo für deine eigenen Webseiten ermittelst. Also entweder in der Google Search Console schauen, wie es da aussieht oder mit externen dritten Tools wie der Systrix Toolbox prüfen, ob deine Webseiten innerhalb der Vorgaben von Google liegen oder nicht. Hast du möglichen Handlungsbedarf, musst du den identifizieren und dann in einem letzten Schritt die Verbesserung der eigenen Core Web Vitals planen. Ich kann dir aus eigener Erfahrung von uns berichten, dass das leider keine Geschichte von ein oder zwei Tagen ist, sondern wenn man wirklich Web Vitals dauerhaft optimieren will, wird man da relativ viel Zeit reinstecken müssen. Aber Google gibt uns ja zum Glück sechs Monate Vorbereitungszeit. Das war's von mir. Vielen Dank für deine virtuelle Aufmerksamkeit. Unter der Adresse kannst du den ganzen Vortrag als PDF runterladen. Bis nächstes Jahr hoffentlich wieder in Person im Kölner Stadion.